kann man ja nichts sagen 355 tacken haben wir gekriegt können wir hier was kochen haben wir irgendwas dabei hilfs macht plus zehn leidenschaft preis plus fünf leidenschaft neun leidenschaft da kommt ja noch nicht viel leidenschaft das war es nicht irgendwie bin ich da doch zu schlecht naja wenigstens haben wir mal ein ordentliches mittagessen mövenei omelette und pilzer mit einer körnigen soße na gut das war es nicht so wir brauchen leidenschaft leidenschaft ist das was leidenschaft weiß was ich jetzt als erstes machen muss einmal einmal jetzt überlegen wie wir das hinkriegen ich hab noch zwei okay das reicht natürlich ist mein inventar voll wer hätte es gedacht ja komm her hier an deinen hintern muss mal an deinen hintern so noch mal kuhfutter machen noch mal kuhfutter und eine tomate so sie müssen auf jeden fall viel viel mehr mit mit soßen arbeiten glaube ich das fehlt eine tomate wie ich komm her hier ich werde mich jetzt voll machen mit warte kuhfutter einmal abgeben ich werde mich jetzt voll machen mit milch die werde ich jetzt erstmal verhökern du bleibst hier und du bleibst hier auf jeden fall wir müssen wieder ernten ernten was das zeug hat wir sind hier echt echt abgemagert schon wieder das kann ich verkaufen das kann ich auch verkaufen glaube ich jo seegras da was habe ich noch gehabt pilze pilze waren auch voll ne ja okay wir gehen jetzt mal ein bisschen was verkaufen und da muss ich einfach mal ein bisschen jetzt klar klar kommen mit meinem kopf bin gerade extrem retter mitnehmen für mehr tische bin gerade extrem so ein bisschen brain afk da habe ich nicht genug habe ich nicht genug müssen wir noch mal holz fällen zum miri dingsbums weiß ich nicht woher ich das kriegen soll keine ahnung wo ich die sumiri dinge herkriegen soll oder sonst irgendwas ein tisch braucht drei Ei, 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 ei. Ei, der Dose. Also so kommt man echt langsam voran, wenn man das nicht so richtig macht, ne? Das einzige Gute ist tatsächlich, dass man jetzt durch das Restaurant noch Geld dazu kriegt, ne? Die wollen immer noch unsere Dings knacken, unsere Gruft. Vielleicht knacken sie es ja auch alleine und ich muss das nicht machen. Okay, der war nicht gut. Der war nicht so gut. Drei, 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 drei. Drei. Bye. Das Schlimmste ist in der Stadt, aber schöne Dekoration, Leidenschaft. Ich muss echt Dings machen. Köder? Das wäre echt blöd, wenn ich jetzt hier auch noch Köder... Aber ich schätze mal, die anderen Köder, wo ich gebrauchen kann, die werde ich erst kriegen, wenn ich ein höheres Level habe. Ich muss echt besser kochen. Echt besser kochen. 3 Uhr Nachmittag. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gerade mal 6 Bäume geschlagen, ansonsten nichts. So, Milch, Maximum, verkaufen. Pilze, Max, verkaufen. Kartoffeln, Max, verkaufen. Apple, Max, verkaufen. So. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ein Tischlein. Ähm. Na, Visinchen! Na, ja, ähm, schlaf gut. Schöne Träume wünsche ich dir. Ähm. Bis morgen gegebenenfalls. So. Zwei Tische extra könnten jetzt mir den... Auf den Kopf, liebe Sonja, auf den Kopf. Könnten mir jetzt geholfen haben. Oh, was ist das denn? Verbunden der Container. Ach, da habe ich jetzt die Tomaten reingemacht. Ach, okay. Also, der Container steht dort. Dann ist der gut. Dann weiß ich ja bescheiden. So. Heute habe ich mir wohl etwas Ruhe verdient. Ja. Ja, ich sehe schon etwas besser aus. Ja, hab ich so langsam nicht raus. Nee, raus. Doch, aber keiner für's Rischung. Auf keinen Fall. Was würdest du dann vorschlagen? Die Vorschläge der anderen abzulehnen ist ja sehr einfach, wenn man sich selbst nichts einfallen lässt. Zu deiner Information habe ich mir einen wundervollen Namen ausgedacht. Nur hebe ich ihn mir auf, bis ich mein eigenes Restaurant öffne. Kannst du ihn nicht von uns verraten? Vielleicht hilft es uns als Gedankenanstoß. Nein, du kopierst ihn dann einfach nur oder machst daraus einen grässlichen Wortwitz. Überaus hilfreich. Kann ich... Kann ich einfach vorschlagen? Natürlich, du bist unser Typ für die Werbung. Um solche Sachen solltest du dich kümmern. Wie wäre ich mit... Ja, ich bin wirklich... Hey, das sind zwei Stimmen gegen eine. Also? Ich würde lieber sterben. Okay, wir überlegen uns weiter einen Namen. Wenn wir schon vom Sterben und schrecklichen Namen haben, wie ist es denn in deiner Geschichte ausgegangen? Ehrlich? Ich dachte, du würdest kein Wort davon glauben. Mag sein. Ist aber trotzdem besser, als sich eure Namensvorschläge anzuhören. Kannst du mich noch mal erinnern, was passiert war? Ich war etwas... Ja, vielleicht etwas abgelenkt. Ich wurde von Piraten gefangen genommen. Ich sollte der Kapitänin ein Gericht kochen. Fleisch, kein Fisch. Ansonsten würde sie die gesamte Mannschaft umbringen. Du hast den Kapitän gehört, Kumpel. Jetzt wird gekocht. Äh, hallo? Geht es dir gut? Nein, mir geht es nicht gut. Ihr Rohlinge habt mich gerade kopfüber in eine Luke geworfen. Ja, das mag ein bisschen unnötig gewesen sein. Entschuldigung. Wir haben es irgendwie übertrieben. Du bekommst sowas von die exklusive Mischung. Ich weiß, was das ist, Kumpel. Fordere dein Glück nicht heraus. Hör mal, koch einfach etwas... Hör mal, koch einfach etwas Schönes und du kommst vielleicht sogar in einem Stück aus diesem Schlamassel heraus. Okay? Viel Glück. Der ruhige Golf. Die sichersten Gewässer in ganz Fulgur. Sicher am Arsch. Suchen wir erstmal nach einem Rezept. Vielleicht findet sich etwas in dieser Küche. Oh, wir haben ein Rezeptbuch. Ein Rezeptbuch. Das einzige nicht-vegane Rezept, das ich verwenden kann, heißt Ugoos Regenbogen der Liebe. I-Git. Zutaten Fische, ätherische feine Kräuter, ein Phönix-Ei, Rib-Ei vom Einhorn-Hengst. Ich muss die Kräuter als Basis für das Gericht verwenden, dann das Phönix-Ei als Beilage zubereiten und schließlich das Einhorn-Fleisch als Hauptzutat. Nicht gerade die geläuftigsten Zutaten überhaupt. Vielleicht muss ich improvisieren. Och Gott. Feuerkiste. Okay. Sollten wir jetzt in unser Inventar gucken? Ähm. Seil. Ich hab doch vorhin geguckt. Seegras. Okay. Ich hab doch geguckt vorhin, ob hier irgendwas rumsteht, oder? Da ist etwas Seegras an der Sohle. Könnte sich als nützlich erweisen. Da wären wir wieder beim Einhorn. Oh, sag nicht sowas. Ich will keine Einhörner schlachten oder sowas. Kanone. Ich glaube, ich höre etwas in dieser Kanone. Ist sie geladen? Wie praktisch. Ich hab mich doch vorhin hier umgeguckt, oder? Wunderbarer Fisch. Natürlich ist das einzige im Kühlschrank der leckerste Fisch, den ich je gesehen habe. Und das einzige, was ich nicht für diesen Clown kochen kann. Gute Nacht, lieber Friedhelm. Schlaf gut und süße Träume. Bis auch du morgen hoffentlich bei Medieval Dynasty. Hier ist die. Toll. Jetzt hab ich ein Seil, ein Fisch und Seegras. Na hurra. Da gibt es bestimmt noch mehr, oder? Warte, Feuer. Das ist Seegras. Ich weiß, aber Kanone. Ich glaube, ich höre etwas in dieser Kanone. Ist sie geladen? Mehr ist hier nicht. Gucken wir mal. Zutat vorbereiten. Zuerst muss ich die Basis für das Gericht vorbereiten. Ich brauche etwas, das an unberührte ätherische Kräuter erinnert. Die Blume, oder was da hinten? Warte mal, bequemer. Ich genieße gerade einfach. Oh, Mochi-Eis hätte ich jetzt auch gerne. Aber ich sehe hier nichts anderes. Bin ich blindfisch? Rezeptbuch. Ein Rezeptbuch. Ein Rezeptbuch. Das einzige nicht, wie... Ich muss die Kräuter als Basis für das Gericht verwenden. Dann Phoenix-Ei als Beilage zubereiten und schließlich dein Einhornfleisch als Hauptzitat. Ja, würde ich ja gerne machen. Aber ich... Seht ihr irgendwas, was ich machen kann? Vielleicht haben wir die Hauptzitat gefunden. Ja, da stand die Quest davor. Wo soll ich denn das sehen? Ich kann ihn aber nicht einfach so fangen. Der Schnabel sieht scharf aus. Ich brauche einen schlauen Plan. Habe ich noch irgendwas? Ich habe nichts weiter. Ich habe nur Seegras. Die Schnabel sieht scharf aus. Also, eins. Hallo Reißwolf. Einen wunderschönen guten Abend. Den Fisch, natürlich. Wenn ich ihm den Fisch einfach so gebe, verliere ich einfach einen Fisch. Nein, den will er auch nicht rausrücken. Vielleicht haben wir die Hauptzitat gefunden. Ich kann ihn aber nicht einfach so fangen. Der Schnabel sieht sehr scharf aus. Wie soll er das gehen? Herrgott. Warte, bequeme Fessel. Wie praktisch. Wie praktisch. Warte. Okay. Bye. Nehmen wir die Kissen an. Okay. Und jetzt nehmen wir den Fisch. Was machst du da? Eine Falle für dein dummes Fleisch. Oho, ach wirklich? Das wird nicht funktionieren. Nicht in tausend Jahren. Warte einfach ab. Okay. 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 Hopp. Das ist jetzt nicht wahr. aber das ist jetzt nicht wahr das leben ist so scheiße lass mich hier raus du hast noch eine aufgabe zu erledigen du willst immer noch dass ich koche nachdem du diese abscheulichkeit gesehen hast naja der captain ist ein bisschen stur ein schwachkopf ist sie ich muss zugeben sie ist ein bisschen seltsam nicht gerade mein bester arbeitgeber aber sie ist immer noch unsere kapitänin zumindest im moment und das ding ist sowieso geflohen also denke ich du bist sicher wenn es so sicher ist komm mit mir runter und pass auf mich auf während ich koche auf keinen fall aber ich kann dir eine kleinigkeit geben um dich zu verteidigen nur für den fall ein stock wow ich fühle mich jetzt viel sicherer es ist eine taschenlampe und gern geschehen und jetzt beeil dich je schneller du kochst desto schneller kommst du da raus so wir haben jetzt eine nicht angezündete fackel ich vermute mal die sollten wir vielleicht nehmen um die kanonen abzufeuern ich weiß es warte mal hier ist ein feuer sie brennt und jetzt gehe ich an die kanone das ist jetzt für mich das einzigst logische wir haben eine ratte an die decke geschossen es ist so böse sie sieht aus als hätte das arme ding ein neckerchen in der kanone gemacht was für eine blutige sauerei was für eine blutige sauerei das ist eine katastrophe blutig und fleischig vielleicht kann ich ja eine verwendung dafür finden na toll aber wir haben immer noch kein fisch das war nicht wahr das war alles nicht wahr das war nicht wahr oh ho 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 Vielen Dank.